jetzt so ein Strahl mal sieht was passiert halt auf die Schnauze bitte wir sind eigentlich die anderen beiden noch jetzt noch ein Bein, ich spüre das Bein ich schreibe jetzt mal einen Spruch ja, ich hab grad auch gedacht und das ist auch weg und wo ist der letzte ist sie da hinten wenn du jetzt nicht ankommst ja, wollen wir wenn es sich lohnt Ripperblades Medipack ist schonmal super Rubin ja, es hat sich schonmal gelohnt die Dinger sind glaub ich 10.000 wert wenn wir nicht irre sonst noch der ganz andere Scheiß der hier rum liegt ich bin voll ich bin voll und da ich die Dinger jetzt eh nicht grad verballern kann was mir grade eben erst aufgefallen ist logischerweise hust hust weil ich die weil ich dieses Ding rausgeschmissen hab das diese Dinger benutzt deswegen werde ich erstmal zwei fallen lassen und den auch noch fallen lassen ja na wirst du ich will die ja diese zwei und noch ein ergibt nun mal logischerweise drei aber ich hab ja nur zwei rausgeschmissen erstmal und dann hab ich noch einen dritten rausgeschmissen und ich weiß noch nicht wo da jetzt äh Asteroid ist wahrscheinlich direkt unter meinen Füßen das muss einfach so sein hier vielleicht drin wie dramatisch das aussieht wenn er hier durch die Gegend fliegt einmal durch den ganzen Raum ähm ah ähm ich möchte nach Möglichkeit nicht durch diesen Kavitationsstrahl ich bin glaub ich einfach mal an der Seite längs F nicht er ich bin nicht nah genug dran würde ich sagen warum hast du ja ein Gehirn zu lassen weil man das erst später kriegt hab ich ja gesagt du bist auf den Kopf schön hier wird wieder schlecht gerne zufrieden und jetzt musst du da drüben den Knopf hey da drüben oder du musst dich hier lüften im Moment und und dann und was ist die nun lüften es vom der der Ja, du musst dich ja ein bisschen konzentrieren. Au, wenn ich nicht gerade meine WD-Pack eingeschmissen hätte. Ja, 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 halt die Schnauze, das ist ein Zockerkind. Glaube ich auch, aber ich glaube, es war richtig. Leider. Ne, der hat einen Typen vor sich her geschmissen. Er ist ihm die ganze Zeit gegen die Beine gelaufen und hat ihm mitgezogen. So wie ich das dann so gerne mache. Ich höre mal noch einen Medi-Pack einfach ein. Ja, und da lag. Wo? Links. Na, auf links. Das ist aber kein Medi-Pack. Nein, nicht auf der Brücke, du Idiot. Wo denn? Da vorne links. Da. Gerade ausgehen. Ach da. Ich habe nur ein Mittleres. Ja, ja, ich halte schon mal eine Klappe. Da brennt's. Ich will das Typen anbetöten. Ich will aber was von euch haben. Außer diesen palumpigen Shredits. Wo muss ich jetzt längst... Kurz richtig hinsetzen. Geh die Wand laufen, weil ich gerade eine Hand zum Streng brauche. So, und nochmal Credits. Und wieder nach hinten anlehnen und in Zocker-Kind-Positionen gehen. Das scheint er zu sein. Oh ja, jetzt hat er so einen Feuerlöscher gegen den Kopf bekommen. Jo. Was hast du denn so schön? Ist die drin für mich? Mädel, aufmachen. Komm schon. Danke. Und du auch, bitte. Danke. Weil es immer eine Ladung ist. Meine Ex-Sexi, sag ich ja. Das weiß ich. Es wird dich in die Kontrollung, damit du den Asteroid auslösen kannst. Was weiß ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe einen anderen Report auf der Kolonier-Dementie. Es scheint, dass es angefangen hat und die Marker auf dem Planeten auslösen hat. Gott weiß, wie lange es da war. Danke. Ich lasse mich gerade nicht. Genau. Jetzt ist die komischerweise offen. Wo ist es da durchzugehen? Jo. Ich hätte auch andersrum wieder gehen können. Ein Energieknotern. Ein Energieknotern. No de. No de. Nicht nuss. Wie hebst du noch? Hallo? Darf ich hier nicht durch? Leckst du mich mal bitte? Bitte, ja. Darf ich jetzt hier durch? Das ist einfach mal der Ventilator zergerochen. Was für ein Zufall. Sag mal, auf diesem Schiff ist auch nichts in Ordnung. Dann wird auch Zeit, dass in dir mal ein Maschinist kommt und hier mal ein bisschen aufräumt. Nein, da sind wir keiner. Wir sind zu fäch einer. Wir sind... Bitte recyceln alle unbeutelten Materialien regelmäßig. Danke. Ja, ja, meinetwegen. Ja. Mir fällt das alle vorne nicht an. Wir sind Mechaniker, mein Freund. Danke. Ja, das ist doch... Es leckt. Ich sehe nichts. Danke. Das nervt ein bisschen, ich weiß. Die erinnern mich ein bisschen an Löwen. Äh, nicht Löwen. Na Gott, wie heißen die Viechernauern? Immer rüsten Elefanten. Oder so. Kurz nachgeladen. Wo muss ich denn längst? Ich muss nach unten noch. Nein. Nicht. Dieser Fahrstuhl. Geht nicht. Alles nur nicht dieser Fahrstuhl. Ich muss nach unten. Ach, und das Mannindeck ist jetzt außer Betrieb. Ist ja super. Das war schon vorher. Hier wächst ich mal wieder kurz auf das hier. Du erst gleich einmal. Du bringst mich zur Tür. Höre auf, so scheiße Shureen. Das nervt ein bisschen. Keine Lust. Danke. Ach, was ist denn hier passiert? Boss, komm! Nein! Ich weiß, ich hab's gehört. Und der da jetzt. Beine. Voll die Arme. Eeeh, 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 e Look Hey! Das ist der einzige Weg, um es zu stoppen! Der einzige Weg, um es zu enden! Was ist das? Er hat es komplett verloren. Somebody kenne die Sicherheit! Ah! Ja, schon mal ein Speicherpunkt! Schon mal ein guter Anfang! Dann kannst du mich jetzt jucken! Gut, dann beende ich erstmal die Aufnahme für heute! Mal sehen, ob Metador beim nächsten Mal auch wieder da sein wird! Ich weiß es nicht! Bis gleich!